Ich bin der Bastian und ich bin Klavierbauer. An einem Klavier der Flügel... Gott! Ich kann so einiges kaputt gehen, wie man gerade gesehen hat. Wenn ich nicht gerade etwas kaputt mache, verbringe ich viel Zeit in unserer Werkstatt. Dort führen wir alle grossen Reparaturarbeiten durch, wie zum Beispiel eine Komplettrestauration eines Klaviers. Immer wieder arbeite ich auch mal mit Metall, wie ich zum Beispiel eine Bassseite herstelle. Abgesehen von unserer Werkstatt-Arten, wie ich euch gerade gezeigt habe, sind wir noch viel unterwegs. Und hier sind es dann aber Konzertstimmungen, sagt man dem, die wir hier machen. Das heisst, wir betreuen dann auch Pianisten und ihre Wünsche berücksichtigen und für sie so schöne Instrumente wie das hier auf ein Konzert vorbereiten. Und hier sind wir ein Konzert. Und hier sind wir alles gute Kinder. In der Vorbereiten der Flügel. bei mir auch ein Konzert zu sein. Wir kennen uns ja auch schon sehr gut. Wir werden es in der Vorbereiten. Wir werden es in der Vorbereiten.